Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu NumPy. Heute geht es wieder mal um unsere Arrays. Allerdings starten wir jetzt mit etwas Neuem und zwar, wir können jetzt Arrays erstellen, wir können sie jetzt einigermaßen auch verwenden, aber wir wollen jetzt anfangen mit Operationen. Das ist ja das, wofür sie eigentlich gemacht sind. Und natürlich kann das relativ komplex werden, allerdings wollen wir uns da trotzdem ein bisschen mit rumschlagen. Ihr werdet vermutlich noch ein bisschen mehr dazu in meiner Mathe-Playlist bekommen, die ich eventuell mal machen werde, aber dazu hätte ich ganz gerne mal eure Meinung, ob ihr überhaupt sowas haben wollt oder ob das eher so ein Ja-Nee-Danke ist. Deswegen schreibt mir das bitte. Und wir wollen uns heute jetzt angucken, wie man damit mathematische, tatsächlich mathematische Operationen durchführen kann. Eins davon haben wir ja schon kennengelernt, wir können hier einfach den Vektor mit einem Skalar addieren zum Beispiel, also 42 plus x. Das geht ganz einfach so und ich bekomme dann am Ende natürlich alle Zahlen von 42 plus 1 bis 42 plus 10 raus. Okay, selbstverständlich kann ich das Ganze auch mit Multiplikation machen. Hier wird es jetzt schon ein bisschen größere Zahlen und ich kann natürlich sogar hier mit Potenzen arbeiten. Und hier wird es jetzt tricky natürlich, Potenzen, da ist es nicht egal, welche Reihenfolge wir das machen. Also 42 hoch x, das wäre das hier. Oder x hoch 42, das wäre diese Variante hier. Aber all das sind ja ganz normale mathematische Operationen. Die kennen wir ja schon. Und übrigens wundert euch nicht, warum wir hier so unfassbar riesige Zahlen haben, denn x, also in dem Fall 10 hoch 42, ist wirklich, wirklich riesig. Da kommt dann halt auch nicht unbedingt immer was Sinnvolles raus. Also man muss schon bedenken, wir sind hier in der Programmiersprache. Wir haben nicht unendlich viele Möglichkeiten, irgendwelche Zahlen aufzuschreiben. Und manche dieser Zahlen haben einfach mehr Stellen, als mein Computer irgendwie Speicher hat. Aber ja, trotzdem, die Möglichkeit, irgendwas zu potenzieren, besteht auf jeden Fall. Wenn wir das mal x hoch 2 rechnen, dann haben wir hier auch vernünftige Zahlen. Okay, wunderbar. Jetzt ist das natürlich aber eher was relativ Seltenes, was man nicht unbedingt immer machen möchte. Ich kann natürlich auch hier 1,5 machen oder 0,5. Das wäre die Wurzel aus x. Also ich kann quasi die Wurzel aus jedem einzelnen Element in x ziehen. Die Wurzel aus 1 ist 1, die Wurzel aus 2 ist 1,41, die Wurzel aus 3 ist 1,7 und so weiter und so fort. So kann ich quasi die Wurzel aus jedem einzelnen Element on the fly ziehen, weil ich halt einfach hier x hoch 0,5, das ist dasselbe wie die Wurzel aus. Und ja, das, oder die Quadratwurzel, wenn man es genau nehmen möchte. Und das geht natürlich mit allem. So, das ist jetzt allerdings natürlich relativ langweilig. Deswegen habe ich hier schon mal ein zweites Array erstellt, einen zweiten Vektor für die Mathematiker unter euch. Und damit kann ich jetzt tatsächlich hierher gehen und kann auch sehr viele Operationen machen. Ich kann etwas machen, wie zum Beispiel zwei Arrays aufeinander zu addieren. x plus y, ganz einfach so, wie wir das hier haben. Und jetzt habe ich hier tatsächlich, jedes einzelne Element wird mit jedem Element addiert. So wie man es in der Mathematik auch gewohnt ist. Also das erste Element mit dem ersten Element, das zweite mit dem zweiten, das dritte mit dem dritten und so weiter und so fort. So kommt dann eben dieses 2, 4, 6, 18 und so weiter raus. Ist klar. Aber ich kann auch ganz einfach hergehen. Also ich meine, in dem Fall wäre es jetzt nichts anderes, als mal zwei das Ganze zu nehmen. Ist ja klar, weil sie beide dasselbe sind. Aber ich kann sogar hergehen und kann die jetzt irgendwie multiplizieren. Ist auch kein Problem. Dann habe ich eben hier sowas wie die Potenzen, die wir gerade vorhin hatten. Also quasi 1 mal 1, 2 mal 2, 3 mal 3 und so weiter und so fort. Ich kann jetzt aber auch das Ganze so kombinieren, wie ich das möchte. Also ich kann hier auch zum Beispiel hergehen. x plus 2 mal 3 oder sowas. Und ja, jetzt können wir uns mal überlegen, was dabei rauskommt. Wie wird das wahrscheinlich gerechnet werden? Und ja, es ist relativ offensichtlich. Wir haben hier 5, 12, 21. Nun, wie kommt das zustande? Ein bisschen Mathematik-Exkurs. Warum eigentlich auch nicht? Nun, im Endeffekt gilt auch hier die Klammern als erstes und dann Punkt vor Strich. Und das bedeutet, wir rechnen zuerst diese Klammer hier aus. Also rechnen wir hier drin zuerst mal y plus 2 mal 2. Naja, ich habe gerade gesagt, Punkt vor Strich. Das bedeutet, 2 mal 2 wird zuerst gerechnet, also 4. Das heißt, wir rechnen auf jeden Wert in y mal 4, äh, plus 4 drauf. Das heißt, wir haben hier vorne im Endeffekt 5 stehen. Dann haben wir hier 2 plus 4, also 6 stehen und so weiter und so fort. So, und was machen wir mit den Werten? Naja, wir multiplizieren sie auf x drauf. Also, 5 mal 1 ist 5 offensichtlich, 6 mal 2 ist 12 und so weiter und so fort. Und so kommt eben dieser Vektor hier unten zustande. Das heißt, ich kann die natürlich so kombinieren, wie ich das möchte. Ist jetzt nichts wirklich Besonderes, ist aber nützlich. Aber wie die eingefleischten Mathematiker unter euch vielleicht kennen oder auch die eingefleischten Informatiker unter euch, es gibt leider nicht nur Vektoren, sondern es gibt auch Matrizen. Und Matrizen sind ein kleines bisschen komplexer. Eine Matrix besteht ja, wie wir wissen, aus mehreren Vektoren. Sagen wir in diesem Fall einfach mal 3 Vektoren, 3 Elemente. Dann haben wir eine 3 Kreuz, 3 Matrix und das letzte Element hier werfen wir einfach raus. So, und ich mache das jetzt mal ganz kurz so, dass wir hier uns das Ganze einfach kopieren. Sagen wir hier M1 dazu oder wir sagen, eigentlich sagen wir jetzt Matrizen A und B und dann sagen wir hier A und B dazu. Und wir haben jetzt hier 2 Matrizen. Okay, was können wir mit denen denn machen? Nun, Matrizen sind ein kleines bisschen komplizierter. Wir haben hier die Möglichkeit, Elemente oder auch Matrizen miteinander zu addieren. Das sieht dann so aus, A plus B. Ganz normale Matrix-Addition. Und das ist die geilste und einfachste Matrix-Addition, die ich jemals gesehen habe. Okay, wenn ihr das von Hand machen müsst, dann sterbt ihr. Also Matrix-Addition nicht unbedingt, aber Matrix-Multiplikation, da stirbt man dann irgendwann dabei. Weil die für große Matrizen wirklich riesig werden können. Und so habe ich einfach einmal die Matrix aufgeschrieben und dann einfach nur programmieren. Also wir haben quasi eine Matrix, die so aussieht. Ich zeige euch das mal eben. Die so aussieht und zwar hier einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, die sind quasi einfach untereinander. Ich mache das jetzt mal absichtlich so, damit man hier direkt die Matrix erkennen kann. Das macht das Ganze, finde ich. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr könnt das auch in einer Zeile stehen lassen. Aber ich finde, so werden die Dinger deutlich lesbarer. Und ja, so kann man damit besser arbeiten. Deswegen haben wir hier diese Matrix oder Matrizen, die so aussehen. Und am Ende haben wir hier diese Matrix, die dann am Ende rauskommt. Bei einer Matrix-Addition ist es wirklich stumpf. Da addiert man einfach nur das Element auf das, das, auf das und so weiter und so fort. Bei einer Matrix-Multiplikation sieht das Ganze schon etwas anders aus. Da haben wir dann schon etwas mehr, was wir tun müssen. Nein, halt stopp. Die normale Matrix-Multiplikation, also das ist ja das Standard-Multiplizieren. Hier, das ist auch nur elementweise. Das bedeutet hier, das erste Element wird mit dem Element, das mit dem. Das ist immer noch relativ stumpf und ja, nicht wirklich was Besonderes. Was was Besonderes ist, ist eben die echte Matrix-Multiplikation, die man so nicht schreibt in NumPy. Das müsst ihr unbedingt wissen und verinnerlichen. Sondern die normale Matrix-Multiplikation ist im Englischen das Dot-Product. Ja, oder auch die Skalar-Multiplikation. Und das berechnet sich als np.dot von eben zwei Matrizen A und B. Okay, und wenn wir die jetzt multiplizieren, dann kriegen wir das Ding hier raus. Diese 30, 36, 42. Wie ihr das berechnet, das wird, wenn dann in meiner Mathe-Reihe kommen. Aber eben nicht hier. Und das ist eben genau das, was man jetzt hier nicht mehr von Hand machen muss. Weil wir ein armes, armes Skript haben, das das für uns ausrechnen kann. Das ist sehr, sehr angenehm. Der witzige Witz an der Sache ist, ihr müsst das nicht mal unbedingt nur mit solchen Matrizen machen, sondern ihr könnt das auch wunderbar mit solchen dreidimensionalen Matrizen haben. Also wir haben jetzt hier eine 3x3x3-Matrix. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Ding noch offiziell Matrix heißt. Aber es ist auf jeden Fall ein dreidimensionales Ding, was man normalerweise als Würfel bezeichnen würde. Also ihr könnt euch das so vorstellen. In der ersten Ebene habt ihr eben diese Matrix. Dann in der zweiten Ebene habt ihr diese Matrix. In der dritten Ebene habt ihr diese Matrix. und das kann man für alle Dimensionen durchgehen. Also wir haben jetzt hier 2 Matrizen X und Y oder eigentlich 3x2 Matrizen X und Y. 2 Würfel im Endeffekt und können die auch mit einem Dot-Produkt aufeinander rechnen. Und das sieht dann so aus. Also wir fangen hier quasi an. Ja, haben wir hier 30, 36, 42, 30, 36, 42, 30, 42 und so weiter und so fort. Und ja, das funktioniert tatsächlich ohne Probleme. Ich musste nicht mal irgendetwas rechnen. Das ist das besonders an dieser ganzen Sache hier. Okay, ja, man braucht sowas in der Mathematik gelegentlich. Und da sich die Informatik auch viel mit Mathematik beschäftigt und alles versucht zu optimieren und zu, ja, anzupassen, haben wir natürlich auch genau das hier. So, ich werde jetzt dieses Print hier nochmal kurz ausklammern, damit wir nicht verwirrt werden von den ganzen Ausgaben hier und werde nochmal hier zurückgehen zu unserer zweidimensionalen Matrix, die unser Dot-Produkt ist. Ich werde euch das Skript allerdings am Ende dann auf GitHub zur Verfügung stellen auch. Und das da ist natürlich jetzt eine Variante, wie man Matrizen umgehen kann. Was ich aber auch machen kann ist, und dazu ändere ich jetzt hier mal kurz zwei Werte, ich kann auch Vergleiche anstellen. Ich kann auch binäre Operationen durchführen, wie eben auch binäre Vergleiche. Print A gleich gleich B. Das geht genauso gut. Und mit denen kann ich jetzt natürlich noch was ganz anderes machen. Also das heißt, ich habe hier True, 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 weil die Werte gleich sind. Also 1, 2, 3 ist gleich, ja. Deswegen True, True, True. True, False, True, weil 4 und 6 gleich sind, aber 42 ist nicht gleich 5. Es wird quasi pro Element verglichen, ob die Werte gleich sind. Okay, jetzt speichern wir uns das doch mal in unsere Matrix, ähm, F rein, ja. F wie Wahrheitswerte. Und jetzt bauen wir uns noch die Matrix G. Die sieht dann folgendermaßen aus, das ist einfach ein NP.Array. Und hier kommen Random Werte rein. Also True, False, ähm, True. So, und damit kann ich jetzt auch einige Sachen machen. Ich habe jetzt hier zwei Wahrheitsmatrizen, okay. Also das heißt, hier steht True, True, True drin. True, False, True, False, True, True. Und hier steht True, False, True. Ähm, das heißt, da ist schon mal der Wert unterschiedlich. Hier ist der Wert unterschiedlich. Und hier ist der Wert unterschiedlich. Was kann ich jetzt damit machen? Nun, ich kann hier sogar logische Operationen auf den Matrizen durchführen. Das ist besonders. Denn damit kann ich jetzt sowas machen wie NP.Logical, ups, Logical, Or, And, Not und X-Or. Das heißt, das logische Oder, das logische Und, das logische Nicht, also quasi das Gegenteil davon, und das logische X-Or kann ich durchführen. Ich nehme jetzt hier mal das Or. Ähm, Or bedeutet, mindestens einer der Werte ist wahr. Ähm, das bedeutet, wir haben hier, sagen wir mal, ähm, sagen wir F und G. Ups, F, G sind die Parameter. Und dann haben wir hier noch das Logical And. Und wenn wir die ausführen, kriegen wir hier einmal, das ist das Oder. Ähm, dann haben wir hier True, True, True. Warum? Weil mindestens einer der Werte ist tatsächlich True. Äh, Sekunde, das müsste, doch, das ist richtig. Ähm, genau, mindestens einer der Werte ist ja True. Dann haben wir hier True, False, True. Weil der Wert ist False und der Wert bei A gleich gleich B ist auch False. Jetzt haben wir hier nämlich 42, ist ungleich 5. Das heißt, die sind beide False. Deswegen kommt hier am Ende ein False mit raus. Aber alle anderen Werte sind True, weil mindestens ein Wert davon ist True. So, bei Logical And sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier ein False, hier ein False, hier ein False, hier ein False. Weil eben die Werte, einer von den beiden Werten ist zumindest mal False. Und natürlich beim Logical Not werden einfach die Werte umgedreht, okay? Und ja, damit kann man jetzt auch wirklich sehr, sehr komplexe Dinge machen. Ähm, ich kann quasi alles mit diesen Werten jetzt hier machen. Eine Sache ist euch allerdings vielleicht noch aufgefallen. Und zwar, unsere Matrizen sind immer gleich groß. Wir haben hier eine 3x3, hier eine 3x3. Also das ist irgendwie so die Standardgröße, weil eben dreidimensionaler Raum, ja. Das ist deswegen meistens dreidimensional so das Standardding. Ähm, wir haben hier dreidimensional. Hier haben wir dreidimensional für die Ors und Ands. Wir haben hier sogar 3x3x3-dimensional, genauso wie hier. Was ist denn, wenn ich zwei unterschiedliche Varianten haben möchte? Ich möchte sozusagen, ich mach mal hier die Prints auch wieder raus, auskommentieren. Ähm, was ist denn, wenn ich, sagen wir mal, ein Vektor der Länge 3 mit einem Array der Länge 3 kombinieren möchte? Oder ein, äh, sorry, einer Matrix der Länge 3. Nun, das kann ich auch machen. Achtet aber darauf, dass der Vektor, V in dem Fall, muss dann natürlich, eigentlich klein V, muss dann sogar np.array 3 Elemente haben. Er darf nichts anderes an Elementen haben. Das ist einfach ein Gesetz der Mathematik. Ich kann kein 4er Vektor irgendwie mit einer 3er Matrix oder sowas zusammenbringen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie kann ich meinen Vektor 42, 42, 42 mit meiner Matrix A irgendwie zusammenbringen? Nun, das geht, ähm, auf mehrere Arten tatsächlich. Und, ja, jetzt können wir uns das so überlegen. Ähm, wir können entweder, weil wisst ihr was, wir machen hier einfachere Werte, nicht, äh, 42, 42, 42, sondern 1, 2 und 3. Sorry für die kleine Verwirrung, ich glaube, so ist einfacher nachzuvollziehen, was passiert ist. Und zwar, 1, 2, 3 kann ich jetzt entweder hier drauf multiplizieren, danach hier drauf multiplizieren, danach hier drauf multiplizieren. Das ist die Standardart in NumPy, allerdings mathematisch gesehen nicht unbedingt die Standardantwort, okay? Ähm, das ganze Ding nennt sich Broadcasting, manchmal zumindest. Und sieht dann so aus, wenn ich V mal A mache, dann haben wir hier einen Broadcast. Und wir haben hier 1, ähm, 4, was 2 mal 2 wäre und 9, was 3 mal 3 wäre. Dann haben wir hier 4, was 1 mal 4 wäre, 5 mal 2 wäre 10, 6 mal 3 wäre 18, 7 mal 1 wäre 7, 8 mal 2 wäre 16 und 9 mal 3 wäre 27. Das heißt, wir gehen quasi her und werken oder nutzen dieses Mal, äh, 3 mal. Das heißt, wir nehmen diesen Vektor, setzen ihn hier drauf. Nehmen diesen Vektor wieder, setzen ihn hier drauf. Nehmen wieder diesen Vektor und setzen ihn hier drauf. Und haben am Ende einfach 3 mal den Vektor auf diese Werte drauf multipliziert, beziehungsweise natürlich auch drauf addiert. Das geht genauso. Also das macht jetzt hier keinen Unterschied, funktioniert im Endeffekt genau gleich. Wenn ich jetzt allerdings das Standardding aus der Mathematik eigentlich haben möchte, dass alles hochkant betrachtet wird, ja, dass ich quasi, ähm, die 1, 2, 3 so betrachte, als wäre es eben eine aufrechte 1, 2, 3, also 1, 2, 3, dass ich 1 mal 1, 2 mal 4, 3 mal 7, 1 mal 2, 2, äh, 2 mal 5, 3 mal 8, 1 mal 3, 2 mal 6, 3 mal 9 mache, dann muss ich ein bisschen tricksen. Dann muss ich nämlich meine Matrix transponieren. Ähm, und das ist vielleicht ungewohnt. Wir können es ja mal probieren. Und zwar mit einem Punkt Transpose. Jetzt, was passiert bei einem Transpose? Nun ja, alles, was bei einem Transpose liegt, wird aufgestellt. Alles, was, äh, aufgestellt ist, wird hingelegt. Das heißt, wenn ich das auf die Matrix hier anwenden würde, hätte ich danach nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern, lasst uns das mal ganz kurz aufgeben, ähm, bevor wir hier das Ganze machen, und zwar, ähm, print a.trans, ups, transpose. Dann sieht das so aus. Also beachtet bitte, a ist das hier. Wenn ich a transponiere, dann drehe ich das quasi um. Das heißt, ich habe aus 1, 2, 3 mache ich 1, 2, 3 nach unten. 4, 5, 6 in der Breite mache ich 4, 5, 6 nach unten. 7, 8, 9 in der Breite unten liegend mache ich hier 7, 8, 9 und so hin. Das heißt, ich kann die quasi so drehen, ja. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Drehen der Matrix, nur irgendwie ein sehr seltsames Drehen. Ähm, es ist halt kein richtiges Drehen, sondern ein Transponieren. Und genau so kann ich eigentlich auch meinen Vektor V transponieren. Allerdings, wenn wir uns das genau mal angucken, sieht das Ganze dann so aus. Dann haben wir hier nämlich auch nur 1, 2, 3, obwohl wir ihn transponiert haben. Hm, seltsam. Jetzt schauen wir mal, ähm, was hier passiert, wenn ich V mal A mache. Achtung, A.transpose ist nicht die Matrix A, sondern die transponierte Matrix A. Wir haben A aber immer noch in V drin. Das heißt, das hat jetzt hier keine direkten Auswirkungen. Und schauen wir uns doch mal an, was hier passiert ist. Wenn ich, ähm, transponiere, sieht das Ganze so aus. Also, das heißt, ähm, 1, 4, 7 ist die ursprüngliche Matrix. Und wir haben ja gelernt vorhin, wenn ich V nicht transponiere, dann haben wir hier 1, 2, 3, ähm, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal 1, 2, 3, 7, 8, 9, mal 1, 2, 3. Und genau das passiert hier auch wieder. Es macht keinen Unterschied, ob ich hier transponiere, also meinen Vektor transponiere, oder nicht. Blöd. Gut, was machen wir also stattdessen? Wir müssen jetzt tatsächlich dieses, dieses Vektor-Ding hier in eine Matrix umwandeln. Das geht auch. Ist aber ein bisschen komplizierter. Und zwar, sieht das Ganze so aus. Wir bauen uns hier eine Matrix mit, naja, mit einem Komma und sagen hier mal 3. Okay, was genau, was genau heißt das? Machen wir es erstmal ohne Transpose und exiten wir hier auch mal danach. Ähm, wenn wir einfach nur diesen Vektor hier bauen und dann ausgeben, wie sieht das aus? Nun, dadurch haben wir quasi eine Matrix gebaut, die 3 mal denselben Vektor enthält. Okay, also quasi gesagt, hier bitte macht diesen Vektor hier 1, 2, 3, 3 mal untereinander. Und jetzt sagen wir hier, okay, transponiert dieses Konstrukt, diese neue Matrix aus dem Vektor. Und jetzt haben wir hier eben 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, okay, wunderbar. Jetzt haben wir also diesen Vektor hier transponiert, aber 3 mal, weil wir brauchen diese 3 mal, wir können nicht ohne. Also gehen wir jetzt hierher und sagen, okay, jetzt hätten wir es ganz gerne ausgegeben. Und jetzt haben wir plötzlich 1 mal 1, 2 mal 4, was 8 ist, 3 mal 7, was 21 ist. Das sind diese 1, 8, 21 hier. Dann geht es weiter mit 2, 10 und 24, was 2 mal 2, was 1 mal 2, 2 mal 5 und 3 mal 8 ist. Und dann haben wir hier eben 3, 6 und 9 mal 1, 2, 3, also 3, 12 und 27. Und damit haben wir eben diese Matrix-Multiplikation, beziehungsweise diese Multiplikation auch fertig. Das ist ein bisschen komplizierter, das weiß ich absolut. Aber ja, man kann es so machen. Ja, mit dem Transponieren etc. habt ihr natürlich jetzt eine sehr, sehr mächtige Variante da hinten dran. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten mit Matrizen oder Arrays oder Vektoren umzugehen. Die werden wir wahrscheinlich hier nicht mal alle machen können. Das, wie gesagt, geht zu sehr in die Mathematik, eigentlich für den Weingeschmack hier erstmal rein. Aber ich möchte euch zumindest die Methoden mal an die Hand bringen. Und vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen, wenn ihr mal in so einer Lage seid, dass ihr sowas machen müsst. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.